Los geht's im Resident Evil. Los geht's. Resident Evil. Gestern sind wir die ganze Zeit gestorben. Genau, weil wir gar nichts können hier. Ohne Leben. Ach guck mal, guck mal hier durchs Fenster. Hier kannst du doch schon die Kugel wegballern, oder? Dann ist die schon oben. Meinst du? Oder meinst du? Ja, wirklich. Wirklich, gut. Ja, geil. Das haben die bestimmt so gemacht. Deswegen, ne? Okay, dann brauchen wir nicht zweimal laufen. Ja, ja. Okay, ich lauf jetzt los. Ich muss nochmal nachladen. Jetzt kommt hier Bums. Das kennen wir ja schon. Weiter geht's. Weiter geht's. Ach so. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Komm doch. Schieß dir seine Birne weg. Weiter. Ja, genau. Hier sind ja zwei auf einmal. Ja, genau. Okay, nachladen. Oh, was ist denn das hier? Ich hab nur echt so ein Viertel Leben. Voll krank. Okay, weiter geht's. Der hat den gerade so weg. Die hat die gerade so geschnappt. Der Typ hat die geschnappt. Okay, es hat geballert. Dann renne ich los. Oha! Oh! Warum kommen denn hier so viele immer? Alter, was ist denn los bei dem? Die sind voll stark. Nein, der hat mich getötet, der jetzt. Krass. Kopf abgemacht. Geht weg, das schon wieder an hier, da. Den Kopf abgemacht? Der Typ da hin, da? Ja, der hat sich verwandelt und dann hat er mir meinen Kopf abgerissen. Weil das Everone-Hit ist wahrscheinlich, wenn er mich schlägt. Und dann kommt halt die Animation und ich bin tot. Frank, Alter. Nee, ich sterb gar nicht, diesmal. Diese Sau. Alter, diesmal war der voll lange am Leben, der Typ. Ich muss mal. Hier der, der sich one-shuttet. Also einmal den Kopf abreißt. Hä, wo kommen die auf einmal alle her, hier, die vier Stück? Die waren gestern gar nicht. Naja. Was ist denn hier los, ne? Ich muss mal. Die andere Waffe nehmen. Alter. Er greift die hier die ganze Zeit. Los geht's. Alter. Bist du schon an der Kanone? Ja, aber der hat mich getroffen. Mann, Ashley. Du bist verletzt. Mir geht's gut. Keine Sorge. Oh, Alter. Wieder Ashley. Alter. Jetzt muss ich hier so ein Kräuter lutschen wieder. Das sieht nicht gut aus. Also genau da ist so ein Fass. Was ist denn Ashley? Da kommen wir uns. Nein, jetzt wurde ich auch getroffen. Wo bin ich? Komm, Ashley. Jetzt ist schon wieder alles rot am neuesten bei mir. Nein, jetzt bin ich tot, ne? Ja, Mann. Alter, ey. Das ist... Wie soll ich das machen mit dem Leben? Das ist echt scheiße. Ich bin doch auch fast tot hier wieder. Krass. Ich hab einen weggeballert. Guck, das sind drei Katapulte. Sag ich doch. Krass, dass ich mir nix herstellen kann. So gemein. Da findet man auf dem Weg irgendwo was. Warte mal. Ich bin hier total überfordert. Nein, jetzt trifft er mich direkt, ey. Jetzt renn ich hier direkt mit rotem Leben rum. Das ist was scheiße. Ach, warte, Alter. Das ist so krank. Ich hab's jetzt, glaube ich. Das eine. Jetzt noch den einen. Ich hab alle Katapulte kaputt gemacht, glaube ich. Ach so, und wir müssen jetzt die Tür aufschießen, wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Hier sind voll viele blaue Dinger. Ich werde es bestimmt jetzt wieder nicht schaffen, weil mein Leben schon die ganze Zeit rot blüht. Doch, weißt du, wie du das machen musst? Du musst hier unter dem Pavillon immer sein und dann nach vorne gehen, ausrichten und dann wieder hinter dem Pavillon, damit der immer aufs Dach oben raufschießt, wenn du da an der Kanone stehst. Ich muss erst mal da hinkommen jetzt. Ich kämpfe hier noch gegen die rum. Gibt es hier nicht irgendwo mein Leben? Ja, genau, krass. Ich hab die Tür aufgeballert, die da am Anfang zu ist, wo man raufkommt. Scheiße. Ich hab gar keine Muni und alles. Ähm. Alter. 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 Kann ich nix machen, Mann. Herstellen. Ja, jetzt kann ich irgendwas herstellen. Ich hab irgendwas gefunden. Jawohl. Scheiße, ich nicht. Ich bin fast tot und Ashley ist auch da am liegen. Ja, jetzt sieht es so besser aus, das Leben. Geil. Wo hab ich das denn gefunden? Das hätt ich bestimmt in der Zeit schon machen können. Oh Mann, Ashley. Wo ist Ashley? Nein, sie ist tot. Nein, sie ist gestorben. Alter. Alter. Ich bin auch fast tot jetzt. Ich brauch ein Leben. Wenn ich einmal getroffen wäre, dann bin ich tot. Ich hab nur noch ein Leben, steht da. Alter. Alter. Das ist ja echt verrückt hier. Keine Chance. Ah doch, man muss doch da runter, um auf der anderen Seite hinzugehen. Scheiße. Ach so. Schnell, 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 hier rein. Alter, ich brauch Leben, Mann. Bitte, gib mir doch mal ein bisschen Zeug zum Craften. Bitte, bitte. Ich hab noch kein Zeug zum Craften. Nee, Alter, krank, Mann. Wie soll man das schaffen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell, 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 schnell. Ich kann die blauen Dinger nicht mitnehmen. Das ist mir so hektisch. Wo sind denn diese ganzen... Ah, hier ist noch einer. Du sauer. Wo sind denn diese ganzen Kisten überhaupt? Ich sehe immer nur einen zum Abschießen. Wie? Nee, genau. Ich hab auch nur einen. Ich hab die mit der Kanone einfach abgeballert, alle. Aber die Kanone, die bleibt doch dann da irgendwie so voll. Auf einer Stelle. Wie, die bleibt da auf einer Stelle? Nee. Nee, nee. Du musst die, äh, du musst die... Du musst die regulieren. Alter. Alter. Warum? Wie kann er denn... Alter. Einschätzen, dass ich da bin, Alter. Ist das ein Huren. Ich geh jetzt hier hoch. Wo ist die... Achso, da ist noch eins. Okay, so geht das ganze Zeit. Machen wir das voll falsch. Also ich auf jeden Fall. Was hast du denn falsch gemacht? Ja, man kann die direkt kaputt machen auch, die Dinger. Wie denn? Ich renne hier halt immer erst durch. Nein. Achso, scheiße. Hier geht's weiter. Ich hab ja die Tür aufgemacht. Dann warte ich hier. Achso. Achso, man kann es bewegen. Ja, du kannst es nach oben und nach unten machen. Sicher, jetzt erst. Ja, ich auch erst heute. Hahaha. Alter, dann wäre gestern schon alles einiges... Genau, da hat man die ganze Zeit so in die Luft geballert. Aber man kann nicht die Tür kaputt schießen damit. Doch. Wie kann man das drehen? Du musst doch nach rechts drehen. An den Seiten da sind doch so Henkel dran. Hier ist doch so ein Spacko. An den Seiten sind doch so Henkel dran. Oh, der hat ja voll den Helm auf. Was sind das für welche hier? Weißt du das mit den Henkeln? Warte, jetzt kommen hier ganz viele auf einmal. Was schießt denn da noch? Ich habe sogar gesehen, dass manche Laserpointer an ihren Waffen haben, ne? Haben wir gar nicht so weit. Bestimmt zum Aus... Zum Wechseln. Das wäre ganz hilfreich. Nein, was schießt denn da noch? Da ist noch irgendwo eine. Alter, voll getroffen. Jetzt bin ich wieder voll am Blinken hier. Und die steht... Die liegt da so rum. Jetzt schießt es gleich wieder bestimmt. Guck, da schießt es. Scheiße. Von da oben. Hä, das ist doch schon kaputt. Was ist denn kaputt, die Seite? Na, einmal da raufballern. Ich habe einfach überall raufgeballert. Das geht schon. Und wie kann man das bewegen hier? Na, an den Seiten. Da sind doch so zwei Stäbe. Rechts und links. An dem Ding. Dann drehst du das. Kräutermischung herstellen. Ganz wichtig. Lässt du die ganze Zeit so steif da stehen oder was? Und machst du nach oben und unten? Ach so, hier sind die Hebel. Genau. Ja, krass. Alter. Na, so wie in echt halt. Ja, genau. Das habe ich noch gar nicht gecheckt, alles. Das dachte ich mir gestern auch schon. Und dann hier... Dann ganz nach rechts. Da ist das Tor. Das musst du freiballern. Genau. Bin ich jetzt am Zielen. Jetzt muss ich noch hier... bewegen. Genau. Endlich, Alter. Krank. Hast du das freigeballert? Genau. Ja, aber das ist jetzt noch schwer hier hinzukommen auch noch. Du musst jetzt da runter springen in das Loch. Ja, genau. Damit du hinten rum... Und dann kriegst du auch noch Loot. Und dann konnte ich mich auch wieder heilen. Aber jetzt habe ich schon wieder ein bisschen hier Leben verbraucht. Wo ist denn mein Leben? Sehe ich. Krank. Ach, da ist mein Leben. Das ist auch mein... Ach so. Guck, das ist auch gar nicht die Muni, ne? Wenn man die Pistole in der Hand hat, da sieht man sein Leben auch, wenn man so die Waffe mit der Handfläche zu sich macht. Das ist sein Leben, ne? Genau. Das ist nur 9mm, die ich in der Hand habe. Steht auch da so drauf. Ist ja krass. Ah, hier ist noch die Kiste. Krass, ich war gerade voll weit hier zur Seite gelaufen, sehe ich gerade wegen dem Drehdings. Da bin ich nämlich in echt so gelaufen zur Seite. Kommen da jetzt noch ganz viele, meinst du? Na, rumgeballer noch ohne Ende, obwohl die schon weg sind, die Dinger. Aber die kamen, glaube ich, bei mir gerade schon alle. Aber wenn... Du musst da jetzt hin, wo die Tür kaputt ist. Genau, mach das. Bist du jetzt an der Tür? Ich bin da drinnen jetzt. Hier würden auch Blutsachen. Ach so, ich geh da jetzt rein, ne? Genau, da vorne ist eine große braune Tür. Genau, hier ist auch der Händler, ach so. Hä, da bist du noch gar nicht. Hier ist... Hier ist ein Zettel an der Wand. Genau, den habe ich auch genommen. Und dann weiter. Da durchgehen. Oh, Mashi, oh. Genau. Guck mal, was der mir anbieten kann, der Typ. Das ging ja schnell jetzt eigentlich, ne? So, war gleich von gestern. Jetzt hat man das halt gecheckt, wie was man machen musste. Ach so, man muss den Armreif erstmal da craften. Da so Sachen ranmachen. Ach so. Wo ist der denn hier? Ach so, hier bei den Schlüssel. Draufgehen, Edelsteine einsetzen. Ja, hab ich gemacht. Geh nur zwei rein. Ja, genau. Dann kriegt man dafür 17.000, ne? Steht da schon. Ja, genau. So, dann geh ich zurück. Verkaufen. Besten Dank. Bitteschön. Reparieren das Messer wieder. Ruhig pingel nicht. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Das gibt's gar nix, so, ne? Was man sich jetzt kaufen kann. Guck mal, Blacktail ist ne neue Pistole einfach, ne? Ja. Die macht nur. Was? Sting Grey. Sting Grey. Sollte dir leicht sagen. Wo ist Drin Stick? Ach so, Sting Grey, ja, genau. Oh, alter! Pap, 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 pap. Ne, macht es bestimmt so. Ja. Aber 30 Gaux. könnte ich mir holen aber ich habe keinen platz broken butterfly ist so ein revolver auch 30 die erste hilfe spray das nehme ich mit ja dann kann man auch unter scrollen ja mache ich auch gerade tunen dann lasse ich das so man kann sich rohstoffe kaufen auch rohstoffe kann man sich auch holen kombination schießpulver und messer verschiedene arten von munition sind es dann für rohstoffe das ist für munition nehmen wir einfach mal eins mit man kann sowieso nur eins kaufen dann nehme ich das einfach ja genau stimmt alter guck mal dass ich da steht auch leistungsstark bei kaufen das sind leistungsstarke waffen hier stingray und somit zielfernrohr und alles 36k die kostet 30 krass kann auf gewehren und automatischen waffen aufgemacht werden das zielfernrohr alter ist ja übergeil und das kannst du so zwei verschiedene zooms hat es auch alter die stingray will ich mir als nächstes kaufen eigentlich nur ich habe keinen platz guck mal hier hier ist automatisch sortieren gehen wir auf objekte einfach da auf diese taste wohl an den koffer einfach an den koffer reingucken objekte und dann unten rechts automatisch sortieren dann ist das schon so am besten sortiert passt jetzt rein wenn ich das jetzt so gemacht habe ich guck mal guck mal da ich sende jetzt meine armbrust an aufbewahrung das ist dann bei der schreibmaschine kann man sagt noch aufbewahren ach so genau da habe ich jetzt platz dann hole ich mich habe jetzt auch platz guckt durch das durch das ding immer noch kein platz aber ja weil ich habe doch eine verkauft und du hattest dann noch eine im petto hier du hattest also ein bolzenschneider oder so dabei den hatte ich ja nicht dann habe ich ja auch weg gemacht gerade so na ich mache gleich auch noch was raus der stingray jetzt kaufen aber das ist immer noch nicht gut sortiert ich habe die jetzt gekauft und jetzt gucke ich noch mal was ich da senden kann kann um das ich kann die bolzen dinge eigentlich verkaufen bei mir um ich kann das mir aussuchen hier meine arschtasche habe ich jetzt gemacht einfach muss ich da noch was kräften für oder wird moni ist einfach gewehr munition wahrscheinlich war ich weiß es nicht ich habe immer noch kein platz ich kaufte jetzt aber trotzdem ein alter geil ach die ist ja riesengroß ich kann es trotzdem eine arschtasche machen ich habe die meine rechte arschtasche gemacht dann muss man die pump kann weg machen einfach aber wieso ich kann ich kann doch pump kann unter aber das ist ja riesengroß ich habe voll viel sachen hier in meiner tasche ich habe pump kann ich habe dings ich habe so nicht schlimm ich habe kann unter ding ich habe dafür aber nur eine pistole so jetzt hast du hin ja jetzt passt also ich muss noch was verkaufen diese wo macht wo macht man die noch mal hin ich habe meine in die rechte arschtasche gemacht du musst auf den koffer gehen dann auf das ding und dann ausrüstungsplatz und dann musst du die so nehmen und dann da rein wo du es haben willst dass ich hab sie hier schon genau hier wo meine armbrust war ja genau krass ich verkaufe mal die bolzen da ich habe ja gar nicht so was gekauft so eine bolzendinger die brauche ich gar nicht zielfernrohr hast du dir so gekauft oder was nee ich auch nicht ich hole einfach mal und dann im Grab bringt tunen ah wie viel habe ich noch ach da wo siehst du das wo hast du es denn gekauft nicht bei tunen ne ich habe jetzt nur auf 2000 nee bei kaufen einfach da musst du es selber drauf machen war weiß ich nicht genau wo ist es denn überhaupt jetzt na wahrscheinlich in deinem Inventar nö gucke ich gerade ach doch da ich sehe so Zubehör Stingray ja Zubehör Stingray ja habe ich reingemacht das ist einfach dann ausgerüstet da achso ja genau zeig mal ist da jetzt Visier drauf ja genau krass Optik jetzt gucke ich da durch krass ne guck mal man muss auch richtig das Auge das hakt sich dann in das richtige Auge ein genau ok und zoom guck mal zoom achso wie geht das na zoom achso da steht es ja jetzt habe ich geschossen krass ne krass Optik ok brauchen wir immer einen schönen Muni für wie viel Muni hat die denn so wenig hier ist sowas zum kaputt machen neben dem Händler so ne Vase wie lädt man denn danach ich habe es auch noch nicht gemacht wo ist ne Vase achso da hinten ja hier neben dem genau und hier auch neben der Treppe ne bevor man hoch geht ist auch ne Vase genau genau die meinte ich auch ich habe die andere auch und hier höre ich die ganze Zeit so Missgeburten ne da hinten irgendwie macht da hinten irgendjemand guck doch grad noch ob ich mir hier irgendwas herstellen kann am Muni oder so krass ne mit dem Visier schiebe ich Optik drauf wie heißt denn die ist achte Gewehr Munition heißt es bestimmt ne für die neue Waffe ja glaub ich auch dass es Gewehr Munition ist genau das stell ich mal her nochmal bisschen Pistole herstellen kann gar nichts herstellen an Gewehr Munition ich habe einfach 10 Schuss oder 15 mehr habe ich nicht Reizen brauche ich nicht ok na guck mal da die genau dann lass doch erstmal speichern ne ja genau guck mal kann die auch einstecken die Waffen das finde ich cool in diesem Teil dass man wenn man das richtig da hin macht dann hakt die sich auch da rein in die Arschtasche oder so ja genau ok da hab ich die erstmal gespeichert genau erstmal stopp ne genau das stimmt jetzt auch wieder ja 23 Minuten so greif